Der US-Technologie-Riese Apple will künstliche Intelligenz zu einem wesentlichen Bestandteil des iPhones und anderer Geräte machen. Für die sogenannte Apple Intelligence will das Unternehmen dabei auch eine Partnerschaft mit KI-Pionier OpenAI eingehen, einem de facto Tochterunternehmen von Microsoft. Das erklärte Apple bei seiner jährlichen Entwicklerkonferenz. Im Rahmen dieser Kooperation soll das von OpenAI entwickelte Dialogsystem ChatGBT in das iPhone, das iPad und andere Apple-Geräte eingebaut werden. OpenAI kann auf Anfrage Texte, Bilder und andere Inhalte generieren. Bisher hat Apple bei der KI einen deutlichen Rückstand gegenüber Konkurrenten wie Google und Microsoft. Das soll sich im Zuge der Kooperation mit OpenAI ändern. Tech-Milliardär und Mitgründer von OpenAI, Elon Musk, reagierte mit harscher Kritik auf die angekündigte Partnerschaft. Der Unternehmer erklärt im Online-Dienst X, dass er aufgrund der Bedrohungen für die Datensicherheit iPhones in seinem Unternehmen verbieten werde. Musk, der unter anderem Chef der Unternehmen Tesla und SpaceX ist, baut mit XAI ein Konkurrenzunternehmen zu OpenAI auf.